Also hier haben wir unsere Crew. Leonidas muss auch drauf. Lukas, ein Kommentar zum hittigabig. Geil! Geil! Er will unbedingt. Ja, das muss man drauf. Geil! 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 Schmeckt uns alles gut. Wenn das nicht Thumbnail wird, dann muss ich an. Es wird Thumbnail. Ich würde was streich nicht aufrei. Geil! Geil. Geil! 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 Wir sind wieder kurz. Bist du bereit, Lukas? Ja. Sehr gut. Kommen wir mal einen Zebrastreifen. Ja, so. Also, let's go! So, 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 let's go!